Die ganzen Karte sind gestartet, auch jetzt eine ganz starke Gruppe sind dabei und Startnummer 11 übernimmt die Führung. Startnummer 11, Hauptstadt, 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 Herr Führer, der Trainer, Hauptstadt, 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 Hauptstadt. Lautstattung der P security of the railway steht hier, an fünf von fundamentally für den Platz, und die regenerate 700 klingt, demanden ist die M Steel, er 78 ist die M atención auf den Klärung, die erfolgt, Nachrichten, Hauptstadt, 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 Hauptstadt Nachrichten, den wir gelieben, sag nicht, das war, immer politiziert so toll, ob es Mongol war und abgession cond Travis Niveau ... Zufall Noch einmal, Einen auf und der zweite Platz geht an das TNT Racing Team mit der Startnummer um 889. Martin Koch ist da auf der 3, die Birkenflitzer und der vierte Platz noch einmal TNT Racing. Das war sie, die 80-Fährst-Tasse. Wir freuen uns auf die 60-Fährst-Tasse. Danach dann Heck und Aura-Tasse bitte bereit machen in der 60er-Fährst-Tasse.